Hallo liebe Eis- und Joghurtdiebhaber und willkommen auf unserem Gutwetterfabrik Kanal. Heute haben wir ein Produkt, das euch den Sommer versüßen wird. Die Clama 2 in 1 Eismaschine und Joghurtbereiter. Diese Eismaschine ist nicht nur kompakt und leistungsstark, sondern auch vielseitig einsetzbar. Sie kann in kürzester Zeit verschiedene Eisvariationen zubereiten, von Sorbet über Frozen Joghurt bis hin zu klassischem Speiseeis. Mit einer Leistung von 180 Watt ist sie beeindruckend leistungsstark. Innerhalb von nur 30 Minuten kann sie 2 Liter köstliches Speiseeis herstellen. Und dank des herausnehmbaren Behälters ist das Portionieren des fertigen Eises ein Kinderspiel. Ein weiterer praktischer Aspekt ist die Deckelöffnung der Eismaschine. Diese ermöglicht es euch, während des Mixvorgangs weitere Zutaten hinzuzufügen und so euer Eis nach Belieben zu verfeinern. Das Beste an der Clama Eismaschine? Ihr müsst die Zutaten nicht vorher im Gefrierschrank kühlen. Der kräftige Kompressor sorgt dafür, dass ihr sofort loslegen könnt. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Energie. Wir verlinken in der Videobeschreibung regelmäßig für euch den besten Preis zu einem Produkt wie diesem. Schaut gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen sparen wollt. Alternativ haben wir in der Infobox Informationen zum aktuellen Thema bereitgestellt. Und für diejenigen von euch, die Wert auf eine einfache und unkomplizierte Bedienung legen, bietet das intuitive LCD-Display der Maschine eine benutzerfreundliche Oberfläche. Viele sind begeistert von dieser Eismaschine. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel, Das Selbstmachen des Eises ist ein Kinderspiel und schmeckt einfach fantastisch. Ein anderer ist bereits für den Sommer gerüstet und meint, das Eis schmeckt so gut, dass die Maschine diesen Sommer oft im Einsatz sein wird. Es ist nicht nur der Geschmack, der überzeugt, sondern auch die Qualität der Eismaschine selbst. Ein zufriedener Kunde schwärmt, sehr hochwertige Eismaschine mit cremiger Eiskonsistenz und einem Geschmack, der seinesgleichen sucht. Ein besonderes Lob verdient auch die Reinigung und der Kundenservice. Ein Nutzer berichtet, Das Gehäuse und der Behälter aus hochwertigem Edelstahl machen die Reinigung kinderleicht. Und sollte es mal Fragen oder Probleme geben, steht der Kundenservice mit Rat und Tat zur Seite. Tatsächlich hebt ein weiterer Kunde hervor, Der Kundenservice ist außergewöhnlich zu vorkommen. Fragen oder Probleme werden kompetent und schnell gelöst. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von den Nutzern positiv bewertet. Ein Kunde teilt seine Meinung, Preis und Leistung sind wirklich sehr gut. Die Eismaschine ist jeden Cent wert. Ein anderer freut sich über die Effizienz der Maschine. Sie kühlt schnell, ist leicht zu säubern und erfüllt alle Versprechungen. Wir sind rundum zufrieden. Zusammenfassend bietet die Clama 2N1 Eismaschine eine beeindruckende Leistung, hohe Qualität und einfache Bedienung. Sie ist nicht nur ein Highlight für jeden Eisliebhaber, sondern auch für alle, die gerne selbstgemachten Joghurt genießen. Wenn ihr also auf der Suche nach einer zuverlässigen und vielseitigen Eismaschine seid, die zudem leicht zu reinigen und einen erstklassigen Kundenservice bietet, dann ist die Clama 2N1 Eismaschine genau das Richtige für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um weitere tolle Produktvorstellungen und Tipps nicht zu verpassen. Genießt euer selbstgemachtes Eis, bleibt cool und bis zum nächsten Mal.